Musik Mein Name ist Mario Weber von der Firma AMI. Ich bin zuständig für den Vertrieb unserer Fördertechnik im Außendienst deutschlandweit und heute befinden wir uns bei einem unserer langjährigen Kunden der Firma Reifen-Gundlach in Daufenbach. Im Jahre 2020 haben wir bei der Firma Reifen-Gundlach eine neue Versandanlage realisiert, um den Durchsatz an der Stelle ums Dreifache zu erhöhen. Die Herausforderung bei diesem Projekt war schlicht und ergreifend, dass wir auf einer Förderhöhe von über 3,30 Meter arbeiten mussten, um unten den Bereich für die Flurförderzeuge dementsprechend freihalten zu können. Ebenfalls war es eine Herausforderung, das Fördergut einmal die Reifen, aber auch die Pakete über ein und dieselbe Anlage laufen zu lassen. Musik Diese Herausforderung haben wir gemeistert, und wir nehmen, dass wir unser breites Portfolio letzten Endes zum Einsatz gebracht haben. Zum einen die 24-Volt-Fördertechnik, unsere Steigförderer sowie unsere Drehausschleuser. Mein Name ist Alexander Mauer. Ich bin hier verantwortlich für die technische Umsetzung der Projekte und den Support der Standorte hier am Ort, sowie auch an den OEM-Standorten im Ausland. Unsere Paketdienstanlagen laufen hier im 24-Stunden-Betrieb, deswegen legen wir sehr viel Wert auf Qualität und Standfestigkeit der Anlagen. Seit 2006 arbeiten wir mit der Firma AMI zusammen. Die Zusammenarbeit hat sich über die Jahre sehr, sehr gut entwickelt. Ein Grund dafür ist die örtliche Nähe und auch die schnelle Reaktionszeit der Firma AMI. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und bis jetzt hat auch der Aufbau der Anlagen sehr reibungslos funktioniert. Ja, die AMI würde ich immer weiterempfehlen, weil die Zusammenarbeit sehr gut ist, Qualität stimmt. Von daher sage ich von mir aus immer AMI immer wieder.